Senor, es tut mir sehr leid, aber Sie dürfen maximal nur ein Gepäckstück mit an Bord nehmen. Aber ich bitte Sie, schönes Fräulein, ich brauch dieses Gepäckstück immer bei mir. Da ist doch alles drin, was ich besitze. Meine Termine, meine Fotos, meine Telefonnummern, mein Tagebuch, meine Liebesbriefe. Da ist einfach alles drin. Ich brauch dieses Gepäckstück immer bei mir. Also gut, nehmen Sie es mit als Handgefäge. Vielen Dank.